Ein Resultat für die Stand Nr. 26 für die Alesa Föge mit Karat. Vier Strauchpunkte für einen Abwurf am Hindernis Nr. 6 in einer Zeit von 77,65 Sekunden. Bereits im Parkour unterwegs die Stand Nr. 27. Sarah Rohner aus Montlingen mit Bikerhaides Onno. Untertitelung des ZDF, 2020 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.